Gaspard II, de Colony, Conque de Colony, Peer von Frankreich, war ein französischer Adeliger, Admiral und Hugenottenführer. Er war eines der ersten Opfer der Bartholomäusnacht, Leben, als Sohn des französischen Marschalls Gaspard II, de Colony, Conque de Colony, Seigneur de Châtillon und dessen Gemahlin Luise de Montmorency, einer Schwester von Anne de Montmorency, Conne Table von Frankreich von 1538 bis 1541 geboren, bekam er seine Erziehung ab dem Alter von 20 Jahren am Hof des französischen Königs Franz I. Dort schloss er Freundschaft mit Franz von Geis und begleitete mit diesem 1543 den König in den Krieg. Vor Montmédi und Baines und in Italien bewies er wie sein Bruder François de Colony d'Antillot solche Tapferkeit, dass beide auf dem Schlachtfeld von Ceresouls von dem Grafen von Enghien zu Rittern geschlagen wurden, an den Feldzügen gegen Kaiser Karl V. In den Niederlanden und Italien 1547 nahm er teil und wurde 1547 zum Kolonnel General der Infanterie ernannt. Im September 1551 folgte seine Ernennung zum Gouverneur von Paris und der Élé de France. Im November des Folgejahres 1552 beteiligte er sich an der Seite des Königs am Feldzug nach Lothringen, durch den die Bistümer Metz, Thule und Fadon an Frankreich fielen. Er wurde anschließend zum Admiral von Frankreich ernannt. Als solcher dürfte er an den Kartografen und Sir von Diepe Guillaume Letestu den Auftrag für eine Kosmographie universelle Sellenle-Navigateurs gegeben haben. In die Letestu erstaunliche Details im damals angeblich noch jungen erforschten Westaustralie einbrachte. Wie weit Gaspard Colony selbst zur See fuhr ist nicht genau überliefert. Doch schreibt Gerald Samet im Standardwerk Die Welt der Karten, historische und moderne Kartografie im Dialog. Er sei ein Gefolgsmann des berühmten Weltumseglers, Entdeckers und Navigators Francis Drake gewesen. Der Sieg in der Schlacht bei Renty 1554 vergrößerte seinen Ruhm, entzweite ihn aber mit François de Geist, der den Sieg für sich beanspruchte. Die Feindschaft zwischen beiden steigerte sich noch dadurch, dass der Herzog den von Colony am 5. Februar 1556 geschlossenen Waffenstillstand von Waucelles nicht beachtete. San Quentin fiel 1557 trotz der Verteidigung Colonyes in Feindeshand. Colony selbst wurde gefangen. Die Jahre 1557 bis 1559 verbrachte Colony in Slice und Gent in spanischer Gefangenschaft. Nach der Zahlung eines hohen Lösegeldes wurde er schließlich freigelassen. Nach dem Tode des Königs Heinrich II. 1559 wurde Colony von seinem Bruder dazu bewogen, zum Calvinismus überzutreten. Er kämpfte in den Hugenottenkrieg 1562, 1563 und 1567 bis 1570 als Feldherr und politisches Oberhaupt der Hugenotten gegen die katholischen Truppen und politisch gegen den Einfluss der Familie Geis, war aber bemüht um Kompromisse mit König Karl IX. Als die Schlacht bei Drö in welcher Konde der Führer der Hugenotten gefangen wurde unglücklich ausgegangen war, rettete Colony die Reste des geschlagenen Heers durch einen Rückzug und wandte sich Richtung Normandie, wo er Pontlefe, Qué und Zehn nahm. Mit dem von Konda abgeschlossenen Edikt von Ongbois war Colony nicht einverstanden und wenn er sich auch äußerlich mit den Guisen versöhnte, so bewog ihn doch die Zusammenkunft der Königin Katharina mit dem Herzog von Albert zur Vorsicht. Als der Hof sich 1567 auf Schloss Montsou aufhielt, versuchte er am 27. September diesen durch einen plötzlichen Überfall in seine Gewalt zu bringen. Das Unternehmen misslang aber und der Krieg entbrannte von Neuem, in welchem Colony mit Konde und nach dessen Tod bei Janak allein die Hugenotten befehligte. Voller Zuversicht in die Gerechtigkeit seiner Sache führte er, obwohl vom Pariser Parlament geächtet, den Kampf unter den schwierigsten Verhältnissen fort. Er belagerte vergeblich Poitiers, erlitt in der Schlacht von Mankontour eine Niederlage gegen den Herzog von Anjou, Bruder des Königs, und Methrini. Der Rouge siegte aber im Juni 1570 über die überlegene Macht des Marschalls Kosse bei Arnele de Uzi in Burgund, worauf der für die Hugenotten günstige Friede von Saint-Germain geschlossen wurde. 1571 versuchte er ein gemeinschaftliches Herr der Hugenotten und der Katholiken gegen die Niederlande aufzustellen. Sein wachsender Einfluss auf den König führte, als er im Vertrauen auf die Gunst des Königs zur Vermählung des Königs Heinrich von Navarra mit Margarete von Valois nach Paris kam, zum Attentat am 22. August 1572 auf den Admiral von Frankreich. Die Königsmutter Katharina von Medici und die Familie Geiss initiierten zwei Tage später die sogenannte Bartholomeusnacht. Colline und die Mehrzahl der prominenten und einflussreichen Hugenotten fanden in der Nacht des 24. August 1572 den Tod. Heinrich von Navarra, der Herzog von Bourbon und spätere französische König Heinrich IV., trat in dieser Nacht zum Katholizismus über und rettete dadurch sein Leben. Um Mitternacht drang der Herzog von Geiss mit Bewaffneten in Kulanis Wohnung ein. Sie überfielen ihn, während er gerade Calvin's Kommentar zum E-Job lass und stießen ihn nieder. Er sollte zum Fenster herausgestürzt werden, wehrte sich aber und wurde nun getötet. Sein Leichnam wurde, nachdem ihm das Haupt abgeschlagen war, auf Parlamentsurteil nach dem Richtplatz geschleift und an den Galgen von Montfaucon gehängt. Montmorenzi ließ ihn nach drei Tagen abnehmen und in Chantilly, denn in Montauban, verwahren. Erst 1599 als Kulanis Andenken durch königliche Briefe wiedergereinigt war, wurde er in Châtillon in der Gruft seiner Ahnen beigesetzt. Ehen und Nachkommen Hauptartikel Gaspard heiratete in erster Ehe 1547 Charlotte de Laval, Tochter des Grafen Guy der 16. de Laval, in der Kapelle des Châteaux de Montmoran in Elevillein. Charlotte de Laval starb im Jahre 1568. Sie hatten fünf Kinder. Henry de Coligny Gaspard de Coligny Luise vermählte sich 1583 mit dem Prinzen Wilhelm von Oranien und wurde die Mutter des Prinzen Friedrich Heinrich Stadthalters der Niederlande. François de Coligny Conque de Coligny et Seigneur de Châtillon S.U.R. Loing Charles de Coligny Marquise de Coligny Louis D'Antlotté de Saint-Bris E.T.C. Französischer Feldmarschall In zweiter kinderloser Ehe heiratete er am 25. März 1571 in La Roche-el-Châclin-de-Mont-Bel-Contest-i-on-Tremonté-de-No-Tage Gedenken Statuen Eine Statue von Gaspard de Coligny steht am Genfer Reformationsdenkmal. Im 19. Jahrhundert wurde in Berlin ein Denkmal vor dem Berliner Stadtschloss aufgestellt, auf dem auch an Colignys Enkeltochter Luise Henriette von Oranien erinnert wurde. Am 19. Oktober 1912 wurde vor dem Marine-Stationsgebäude in Wilhelmshaven ein Standbild enthüllt, das von dem Berliner Bildhauer Martin Wolf entworfen wurde. Das Denkmal wurde von Kaiser Wilhelm II. gestiftet, der auch bei der offiziellen Einweihung anwesend war. Die Statue wurde im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. In Paris ist seine Statue im Rahmen eines Denkmal für den in der Bartholomäus-Nacht ermordeten Huguenottenführer außen an der Chorseite der Eglise, Reformé de l'Oratua du Louvre, an der Rue de Rivoli zu sehen. Das Denkmal wurde 1889 errichtet. Orte folgende Orte wurden nach ihm benannt. Coligny, Fort Coligny in Rio de Janeiro, Brasilien, die Vollendung des Königs Henry IV, Conrad Ferdinand Mayer, das Amulett, Alexandre Dumonts, die Bartholomäus-Nacht, kirchlicher Gedenktag. Tag Gaspar de Coligny's Gedenktag im evangelischen Namen Kalender der evangelischen Kirche in Deutschland ist der 23. August. Hier steht er stellvertretend für alle Opfer der Bartholomäus-Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017